Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrVenom1970. Wir sind bei Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy und ihr habt ja mal letztens gesehen, ich bin total steil gegangen, dass wir Episode 5 haben. Den gibt es nur im DS, den gab es also im Original GBA Teil logischerweise nicht, weil er eben auch so DS Features hat, wie mit Stylus und Pusten und Hasse nicht gesehen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das hier umgesetzt haben. Und die Internet People, ich habe es tatsächlich nochmal durchgelesen, auch so Leute auf Reddit, die haben sich beschwert, dass es den Fall nicht gab. Jetzt an euch die Frage, wurde der irgendwie nachgepatcht? War der ursprünglich tatsächlich nicht drin? Weil ursprünglich, das kann ich euch sagen, das weiß ich, gab es auch keine deutsche Fassung. Das kam erst mit irgendeinem Update, ewig, lange, ich glaube drei oder vier Monate. Und dann gab es irgendwann die Sprachversion Deutsch, beziehungsweise Deutsch-Französisch. Ich glaube, es gibt das Ding mittlerweile immer noch nicht in Italienisch und Spanisch, wobei es die DS-Version dazu gibt. Capcom halt. Aber, naja, ist egal. Wir fangen mal an. Los geht es. Spiel an. Episode 5. Aus der Asche. Spiel an. 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 Ich glaube, das ist die Vase, die wir reparieren müssen. Spoiler. Das weiß ich nicht. Da kann ich mich noch nicht mehr erinnern. Ich fand das Rätsel eben scheiße. Zwei Monate ist es nun her, dass Maya das Boku verlassen hat. Zwei Monate ohne einen einzigen Fall. Kurz hier nochmal wegen Kanon oder nicht Kanon. Bevor ich jetzt weiterlese. Derjenige, also der normale Autor, hat diese Folge nicht geschrieben. Und deswegen gibt es den Kampf auch heute noch. Der Hardcore Community. Auch hier gibt es Leute, die sind... Naja, ist klar, alles was nicht Kanon ist, wird abgelehnt. Weil es eben halt nicht der übliche Autor war, sondern irgendein anderer, der, glaube ich, in der späteren Serie dann auch irgendwelche Fälle hatte, wird das halt als... Für die Hardcore-Leute als nicht Kanon bezeichnet. Also, ich bin mal gespannt. Ich kann mich da an dem Ding, glaube ich, am wenigsten erinnern. Zwei Monate ohne einen einzigen Fall. Es gab Angebote. Aber ich habe keines angenommen. Das heißt, bis eines Tages dieses Mädchen auftauchte. Immer. Leute, der weiteren Serie kennen Sie. 22. Februar, 10.02 Uhr, Anwaltskanzlei, Right & Partner. Warum muss ich jeden Tag ins Büro kommen? Es ist ja nicht so, als ob ich arbeiten will. Da sind sie ja endlich! Wo waren sie? Die Verhandlung meiner Schwester ist morgen! Äh... Wer sind Sie? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Es ist nur wichtig, wer Sie sind. Sie sind der berühmte Strafverteidige Mia Fai! Äh, äh... Sie sind nicht Mia Fai, oder? Es tut mir leid, aber... Frau Mia Fai, sie... arbeitet nicht mehr hier. Also, Sie sind... der Praktikant? Ich bin Phoenix Wright, ein Strafverteidiger. Wright, Wright... Moment! Sie sind DER Phoenix Wright? Der Phoenix Wright vom Edgeworth-Mordfall? Ähm... Ja... Das ist richtig. Es war zwar nicht Edgeworth, der ermordet wurde. Was für eine Erleichterung! Sie sind besser als niemand! Es tut mir leid, ich befürchte, ich nehme im Moment keine Fälle an. Aber Sie sind doch Phoenix Wright richtig! Der ungeschlagene Strafverteidiger! Hören Sie, ich nehme keine neuen Fälle mehr an. Es tut mir leid, aber... Sie werden es anderseitig versuchen müssen. Bitte! Mir läuft die Zeit davon! Aber... Bitte! Sie müssen mir helfen! Es geht um meine Schwester! Nostalgie-Flashback! Maja, könnte es sein? Na gut. Ich höre Ihnen zu. Wirklich? Vielen Dank! Ich heiße Emma. Emma Sky. Ich bin wissenschaftliche Ermittlerin. Wissenschaftliche Ermittlerin? Auf geht's! Emma, nicht wahr? Sie sind wissenschaftliche Ermittlerin. Er hat auch so ein bisschen den Touch, ne? So, so aller... aller Soul Snake. Ermittlerin? Fall? Mord? Ja, das ist richtig. Stimmt. Stimmt etwas nicht. Nein, sie wirken nur etwas... naja, nervös. Oder vielleicht einfach nur... jung? Jung? Ich werde dieses Jahr 16! Herzlich, herzlich willkommen! Herzlich willkommen im wunderbaren Anime-Land! Ah, ich verstehe. Moment. Er ist 16? Ich werde mit Sicherheit in drei Jahren offiziell der Forensik zugewiesen. Man kennt meine Arbeit mittlerweile recht gut. Und das trotz meines Alters. Ähm. Und was genau ist im Moment dein Posten? Nun, vom juristischen Standpunkt gesehen... Ich schätze, Sie können mich eine... Elfklässlerin nennen. Aber ich bin bereit, meine Arbeit zu tun. Und das trotz meines Alters. Toll. Schon wieder ein zukünftiger Profi in der Ausbildung. Was steckt hinter diesem erwähnten Fall? Du sagtest, die Verhandlung sei morgen. Meine Schwester ist unschuldig. Sie würde niemanden mit einem Messer erstechen. Das würde sie nicht. Also geht es um einen Mordfall. Mir ist egal, dass es einen Zeugen gibt, der sie gesehen haben will. Sie war es nicht. Ich weiß nur, dass sie es nicht getan hat. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Und es gibt einen Zeugen? Sie sprechen nur mit ihr. Sie müssen mit ihr sprechen. Sicher. Das werde ich wohl tun. Ich versprach ihr, ihr würde Mia feierholen, aber... Das ist interessant. Woher könnte sie Mia kennen? So, du willst also eine wissenschaftliche Ermittlerin werden, wenn du groß bist. Wie bitte? Ich bin kein Kind. Das sollten sie zur Kenntnis nehmen. Trotzdem ist es gut, ein Ziel zu haben. Auch wenn es ein sehr ungewöhnliches ist. Ich bin der Meinung, dass man Ermittlungen wissenschaftlich angehen sollte. Sie nicht? Äh, ja. Man kann hier auf jeden Fall keinen mangelnden Enthusiasmus untervorwerfen. Behandeln wir den Fall wissenschaftlich, wird sie ihre Unschuld erweisen. Deine Schwester? Ich habe Nachforschung angestellt, wissen Sie? Ich entwickle eine neue wissenschaftliche Methode der Falluntersuchung. Ich werde sie Ihnen zeigen, wenn ich damit fertig bin. Darauf freue ich mich schon. Ich schätze, ich sollte zur Strafanwalt runtergehen und mit ihrer Schwester sprechen. Nein, nun muss erst noch mit der Beziehung quaren. Das ist Visual Novel. Meine Schwester hat ausdrücklich nach ihr gefragt. Mia Fai, vor ein paar Jahren gingen unter ihr auf der Schule. Also sie ging mit Mia auf eine Schule. Sie hat mir immer gesagt, ich solle zu Mia gehen, wenn ich einen Anwalt brauche. Nun ja, ich brauche einen. Äh, übrigens ist Mia eine Frau. Mia? Ja, ich fand das schon komisch, als ich sie gesehen habe. Ja, es ist nett, dass du deiner Schwester so hilfst. Steht euch sehr sicher nahe. Naja. Tatsächlich hasse ich sie ein wenig. Wenn ich so... Wenn sie so ist wie jetzt. Hä? Aber sie ist meine ganze Familie. Deine ganze Familie? Was ist mit deinen Eltern? Sie starben bei einem Autounfall, als ich klein war. Oh, das tut mir leid. So, dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. Unsere zweite Heimat. 22. Februar, Strafanwaltschaft, Strafanstalt, Besucherraum. Und ihr könnt es immer noch nicht vorlesen. Hm, ich frage mich, was mit Emma los ist. Sie ist plötzlich so still geworden, seit wir angekommen sind. Lara, ich hab nur gesagt, dass ich keinen Besuch will. Entschuldigung, ist es nur ihre Schwester? Keine Ausreden. Oder wollen sie ihr Gehaltsergebnis in diesem Jahr nicht? Verstanden. Was sollte das denn? Hallo, Lana. Komisch. Ich erinnere mich, dass ich explizit angewiesen habe, nicht herzukommen. Vielleicht trügt meine Erinnerung. Nein, hör mir zu. Ich wollte gar nicht herkommen, okay? Aber deine Verhandlung ist morgen und du hast immer noch keinen Strafverteidiger. Ich stehe morgen vor Gericht. Das hat nichts mit dir zu tun, Emma. Nicht wahr, Herr Wright? Hey, woher kennen Sie mich? Mia hat sie erwähnt. Ich habe so einiges erfahren. Äh, Entschuldigung, aber was genau haben Sie? Mein Name ist Lana Sky. Ich bin die Generalstaatsanwältin des Bezirks. Sie sind die Staatsanwältin? Zwei Schwestern, eine davon Anwältin. Könnte das ein Zufall sein? Emma, Lana. Ich meine, sie sind genau wie... Alles in Ordnung, Herr Wright? So, du erzählst mir bestimmt nichts. Etwas sollten Sie von Anfang an wissen. Nämlich? Die Verdächtige in diesem Fall hat das Verbrechen gestanden. Hä? Moment, aber die Verdächtige, die Verdächtige bist, bin ich. Ich habe es getan. Nun, Herr Wright? Tja. Warum fangen wir nicht damit an, dass Sie mir genau erzählen, was passiert ist? Das Verbrechen fand gestern statt am 21. Februar um 17.15 Uhr. Das ist ziemlich genau. Es stand in der Zeugenmaussage. Ein Zeuge sah mich das Verbrechen eindeutig begeben. Äh. Nun, das war ziemliches Pech, nicht wahr? Das Verbrechen fand in der Tiefgaragesbüro der Staatsanwaltschaft statt. Die Leiche wurde im Kofferraum meines Untergebenen gefunden. Staatsanwaltschaft, hm? Im Kofferraum meines Untergebenen? Klasse. Ich wurde auf der Stelle verhaftet. In Flagranti erwischt, sozusagen. Meine Güte. Also, wer war das Opfer? Ein Ermittler des Polizeireviers. Sie haben die richtige Bezeichnung, es ist Inspektor. Ein Inspektor? Tod durch Blutverlust. Er wurde einmal in den Bauch erstochen. Von Ihnen. Der Tod trat nicht sofort ein, aber die Wunde war tödlich. Ich verstehe. Gestalten Sie mir, dass ich mich wiederhole, Herr Wright. Das Opfer war ein Inspektor. Sie wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Äh, oh. Was, Herr Wright? Was bedeutet das? Nun, das bedeutet... Die Polizei wird als Frage der Ehre ansehen, dass man mich schuldig spricht. Sie werden alles in ihrer Macht stehende dafür tun. Je mehr ich darüber erfahre, umso schlimmer wird dieser Fall. Sie sind also die oberste Staatsanwältin. Das ist richtig. Ich überwache jedes Verfahren, das in diesem Bezirk verhandelt wird. Ich sorge dafür, dass die Staatsanwälte versorgt und regle... Sind und regle alle Fragen. Das sind kurz gesagt meine Aufgaben. Ein ziemlich umfassendes Kurzgesagt. Trotzdem bin ich ein wenig überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie die Generalstaatsanwälte des Bezirks erkennen würden. Es erscheint sogar undenkbar, dass sie es nicht tun. Anna? Was ist mit deiner Hand passiert? Ach, das? Ich habe mich versehentlich geschnitten. Als ich Ihnen am Starch genau gesagt. Was? Ich bin keine sonderlich geübte Verbrecherin, schätze ich. Wie soll ich in diesem Fall verteidigen? Wird Zeit, das Thema zu wechseln. Moment, sie war doch im Jahrgang über mir, oder? Ähm, sie waren mit mir jetzt zusammen auf der Schule, richtig? Ein paar Stufen über ihr. Emma hat Ihnen das ebenfalls erzählt, oder? Nun ja, warum auch nicht? Ich habe ihn den ganzen Weg von seinem Büro bis hierhin geschleift. Obwohl es aussieht, es hätte er nicht sonderlich viel mit mir gemeint. Hey! Es war auf der juristischen Fakultät. Ich war im dritten Jahr und sie hat uns geprüft. Sie war anders als die anderen Studenten. Anders? Sie war stark. Sie hätte alles getan, um Verteidigerin zu werden. Das war wohl der Grund, warum sie sich von mir angezogen fühlte. Bitte? Intellektuell angezogen. Nana war die Beste in ihrer Klasse. Ich war die Beste überhaupt. Oh? Ich bin übrigens auch ziemlich gut in der Schule. Es klingt etwas anders, wenn Emma das sagt. Nun, Herr Wright? Entschuldigung? Wie Sie deutlich sehen können, gebe ich meine Schuld zu. Ich denke, es ist zulässig zu sagen, dass Sie diesen Fall auf keinen Fall annehmen können. Auf keinen Fall. Aber Lana! Du warst immer so? Nicht wahr? Du denkst niemals an jemanden anderen als Sie an dich selbst. Ich weiß, dass du es nicht getan hast, Lana. Ich weiß es. Also, wie kannst du wagen, du wärst es gewesen? Wenn ich dich verliere, werde ich allein sein. Ich hasse dich, Lana. Drama! Herr Wright? Ja? Ich denke, unser Gespräch ist jetzt beendet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Äh, meinen Sie, Sie wollen meine Dienste als Verteidiger in Anspruch nehmen? Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Klient hat gestanden. Der Fall ist vorbei. Sicher. Ich werde alles versuchen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Lana hat das Verbrechen gestanden. Ja. Aber da stimmt was nicht. Dieser Ausdruck in Emmas Augen. Da ist noch etwas anderes. Und ich werde herausfinden, was. Tut mir leid, Herr Wright. Hä? Was tut dir leid? Meine Schwester. Sie ist nicht immer so. Wissen Sie? Ich habe nur nicht erwartet, nochmal einen Staatsanwalt zu verteidigen. Sie hat sich sehr verändert. Sie war früher so sanft. Hat immer gelächelt. Jeder mochte sie. Ich verstehe. Tut mir leid, aber es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß es selber nicht genau. Ich denke, dass sie vielleicht... Nja. Vielleicht auch nicht. Dahin zieht sich wohl etwas einer wissenschaftlichen Erklärung, wie es scheint. Sollen wir uns die Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft ansehen? Okay. Gibt es was Neues? Nein. Dann geht es doch jetzt endlich los. Nach Laberei und Laberei. So. Dann gucken wir nochmal. 22. Februar. Büro der Staatsanwaltschaft. Tiefgarage. Hier in der Tiefgarage ist also... Ist es also passiert? Sieht aus, als würden Sie immer noch ermitteln. Komisch, dass mein erster Besuch bei den Staatsanwälten auf diese Weise geschieht. Hallo alle Mann! Arbeiten Sie gut... Arbeiten Sie weiter so gut! Äh... Was sollte das denn? Nun ja, in drei Jahren werden das meine Kollegen sein. Da kann es nicht schaden, mal Hallo zu sagen. Das kann es sehr wohl. Weißt du nicht, dass Anwälte den Tatort nicht betreten sollten? Ich versuche hier nicht auffällig zu sein. Verstanden? Hey da! Hast du erwartet, dass sich keiner sieht, Partner? Partner? Was haben wir hier? Sieht aus, als wenn eine Bambina ausgebrochen ist und Ärger verbreitet. Die Typen sollten lernen, ihre Schäfchen an der Leine zu halten, Goblin. Hä? Herr Marschall? Marschall? Sieht für mich eher wie ein Sheriff aus. Pass auf, Kleine. Ich weiß, was du denkst. Aber hier ist der Jagdgrund von unserer Gang. Okay. Jagdgrund? Unser Claim. Unser Gebiet. Die Goldmine sind Beweise. Wenn du dich in was einmischst, das uns gehört, willst du dir leid tun, Partner. Weißt du, was die Kakteen in der Wüste träumen? Willst du es wissen? Wovon spricht dieser Typ nur? Lauf nach Hause. Fröhliche Wege. Bambina. War dieser, äh, Ombre ein Freund von dir? Äh, so etwas Ähnliches. Ja. Er ist ein Inspektor. Der glaubt, er wäre ein Sheriff aus dem Wilden Westen, wie es scheint. So, es geht los. So, und ich würde sagen, da setzen wir gleich einen Cut. Und dann fangen wir an zu ermitteln. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.